Willkommen zur zweiten Folge von Speedrunners, wieder mit Fabio und Joel und los geht's. Los geht's. Jetzt die Disco-Map hier. Ich kann keine andere Map. Mein Controller funktioniert nicht. Du bist doch wieder auf. Ja, war mit der Maus. Ich hoffe jetzt, dass der Controller funktioniert. Kann sein, dass das ein Charakter ist. Ich hab das mal. Ich glaub, du müsstest auf jeden Fall den Charakter mit dem Controller aussehen, sonst wird er nicht. Oh nö. Echt? Meinst du wirklich? Ich weiß grad gar nicht. Habe ich vielleicht mit der Maus gemacht, ja. Da musst du mal gucken. Stopp. Stopp. Jo, äh, äh, technische Störungen hier und so. Mach nochmal neu. Wir hatten eh schon wieder Super-Speedrunners. Ja... Ja, du kannst den Modus ja auch einstellen. Du musst mich nochmal einladen. Du bist drin. Ja gut, dann jetzt. Druck mal X bitte. Okay. Alles klar. Startest du? Nach der A? Ich hab A gedrückt. Startest du denn? Ich hab alles starten lassen. Ach so, die Opfer haben läuft. Wir sind immer noch in der Aufnahme, Leute, ne? Ach so. Ja, nein! 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 Mann, was ist denn das für ein Scheiß, ey? Ohne Spaß. Was ist denn das für ein Kackspiel? Wir kriegen nur zwei verschiedene Modi, ey. Was ist denn das für ein Kackspiel? Ja. Was ist denn das für ein Kackspiel? Ja. Da ist einfach nicht weiter gelaufen. Oh! 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 ап! Mal! Naaaii! Alter! Dann! Ähh! Naaatt! Naaatt! Ahke! Schiegelz! Tschüss! Warum schubst du denn nicht mal, ey? Ohne Spaß! Scheiße! Ja! Okay! Ich hasse diesen Modus über alles, ey! Das war so knapp! Ja gut! Ich komm wieder keinen ab hier! Gut, dass ich auch Raketen hab! Ja! 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 Nein! Du bist doch nicht gleich alt! Hehehehe Hehehe Nein! Ich habe Suitan auf Swing bekommen. Ne, mein Junge. Es wird wieder. Weitere. Noch mal GG. WTF? Nein! Oh! Alter, ich hab ne Double-Rakete abbekommen, ey. Nein! Raketen of Doom. Ne. Tut mir jetzt leid. In solchen Positionen selbst ist es immer... Das ist so krass, ey. Ja! Ja, Baby! Wie hast du da gesprochen? Fabi, du hast dich selber... Okay. So, jetzt hier. Fabi, bitte einen nach rechts, ne? A drücken alle, ne? Okay. Oh Mann, ey. Ich muss auch mal Maus drücken. Jetzt muss ich ja... Nach links laufen, ne? Das ist doch ein Scherz ohne Spaß. Ich wette... Ich wette, es gibt keine anderen Modi. Die haben einfach nur alles reingefügt und es gibt noch Raketenrennen und Speed... äh... Superspeedrunners da. Und das Spiegelding... Nein, das Spiegelding gibt's auch. Und das mit den... Und dann gibt's noch das Raketen von Himmelkorn. Ja, Upsi, die gibt's auch. Ja, vielleicht auch nicht, ne? Also... Wir haben's ja jetzt noch nichts gesehen davon, ne? Die da noch durchkamen... Ich kenn die Map gar nicht. Mein Controller ist ausge... Mein Controller ist ausge... Echt schon wieder? Warte, darf mich... Mann, das ist doch so scheiße... Nein! Nein! Ja, ich treffe mich selber! Fabi, geht dein Controller wieder? Ja... Okay... Ja, als ob, ey! Was ist denn das? Was ist denn das? Kommt mir nicht mal ein, Schritt bewegen! Nein, okay, okay! Ah! Well played, well. Aber dann, wenn wir welchen Malw kissen werden... Dann macht... Mach mal bitte den Rocket-Modus schon aus. Ja, doch. Ist ne gute Idee. Scheiße. Ja, gut. Was? Ja, gut. Ich hab's gefailt. Ich hab's gefailt. Da hattest du Glück, Fabio, dass ich Noob war. Ja, ja. Ach komm, wirklich. Ich hab mich schlecht angestellt da. Ich seh nix. Jetzt hab Fabio in der Tasche und dann ab jetzt nie wieder Rocket-Ding nach. Ich kann nicht mehr hüpfen. Mir hilft der ein Zentimeter. Ja, in der Luft, natürlich. Ja, sehr schön. Und... Tschüss, du Kack-Modus. Und jetzt die Map, bitte. Alle A drücken. Gut. Also siehste mal, da kommt mal was anderes endlich, ne? Ich wette, das wär... Ja, das wär eigentlich die Position von diesem anderen Kack-Tel da. Ja. Wär's echt, ey. Wär's echt, ey. So ein paar Asche, ne? Wir haben nie was von wegen Zufall und so, ne? War aber nicht so gut von euch, ne? Hört ihr das? Merkt ihr das? Spürt ihr es? You feel it? Ah, das wird ein Spaß gleich. Was? Ich komm ja nicht mal richtig hoch, ey! Was? Wenn mich da schon ne Rakete trifft, ey! Ja! Da kommt doch eine Rakete! Ist doch hier einfach nur noch Time-Lack. Nee. Nein! Ich hasse euch! Nein! Rennt! Ja, Mann, wie so hoch! Die hoch! Bin zweimal reingelaufen, ey. Kann nicht! Das ist so ein Lack, ey! Das kann nicht! Ich? Ja! Wieso denn, ey? Das ist voll Lack drauf! Einfach ein Hook und, ja, ein guter Hook, oder was? Alter, ist diese Raketen! Fiss! Ja, Baby! Nein! Lauf, Schlampe! Lauf! 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 Nein, jetzt hab ich keinen Speed-Bonus eingesammelt! Scheiße, ey! Nein! Nein! Mann, ey! Es ist unfair teilweise! Ja! Das mir echt zu leid, ey! Nee, Junge! LOL! Der Laser hat mich davor gekickt! Ja, alter, ey! Natürlich! Nein! Nein! Ja, jetzt ist er tot! Jetzt ist er tot! Ja! Wie alle gegen mich waren, ey! Den muss ich bitte auch rausschalten! Hä, wieso? Der ist voll geil! Ich bin voll scheiße, Mann! Library jetzt, bitte! Den hatten wir jetzt einmal, ja? Also... Factory! Factory! Im Factory! Wir gehen alle durch! Ja, hab ich vergessen! Ja, 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 ja! Was ist das denn? Ach, genau! Spiegelverkehrt! Cool! Oh, nee! Boah, ist das komisch! Das ist richtig komisch! Das sieht aus, ey! Die hatten wir noch gerade eben! Das ist jetzt Library! Die hatten wir noch gerade eben, meine ich! Nee! Wirklich? Was? Nein! Scheiße! Falsche Richtung! LOL! Oh! Falsche Richtung! Wir laufen in die falsche Richtung! Tschüss, Trey! Nein! Kann man halt doch... Äh! Das ist falsche Richtung! Sind wir dann hier? Hier raus zu gehen! War falsch! Oh, was ist das? Jetzt eins weiter nach oben und dann nach rechts! Ach so! Was?! Da sind Stacheln! Nein! Danke! Du hast dich irgendwie so gerettet, ne? Oh! Spike! Da sind Stacheln! Oh nein! Nein! Da sind Stacheln! Okay schon! Oh nein! Und jetzt... Ach schweiße! Hier beiden kommen hier. Das wars für mich. Ich glaub vergessen... Auf des dafür, dass ich es erst so machen musste. Oh Gott! Oh Gott! Oh, der Hai gegen den Elch. LOL. WTF? So sexy. WTF? Wie könnt ihr's denn machen? Wenn der nichts trifft, dann bleibt er doch so. LOL. Oh fuck. Ein Kälbchen ist. Hab ich ja vorher vergessen. Hab ich ja vorher vergessen. Nein! Okay. Nein! Nein! Ein Fabian. Fuck. Ein Fabian. Nein! 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 Ja! Ja! Wah- Wow, wie Fabio gerade bei mir gebackt hat. Ne mein Freund. Ja! Nein, 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 nein. Das ist so dumm, ey. Jetzt hast du dein Item verschwendet dafür. Oh nein. Scheiße. Alter, dieser eine Stachel. Komm, steh auf. Scheiße. Ach du Scheiße. Falsche Richtung. Ja. 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 Nein. Nein, falsche Richtung wieder. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Oh, Entschuldigung. Oh, war Fehler. Nein, nein. Nein, schade. Oh, der Ball hat mich davon abgehalten, dass ich meinen Hook face. Ach, scheiße. Ach. Oh. 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 Oh Mann, was staunt war die Leipzig. Oh. Oh. Danke Leute fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.